All right, es ist an Metal-Zeit. Kurz die Steuerung wieder zusammen bekommen. Mit X greife ich an. Und wir müssen aus dem Compout ausbrechen, in den wir uns aus Versehen reingeschlichen haben. Unentdeckt. Und Healing Packs. So, da kommen wir jetzt erstmal nicht rein. Da kommen wir nicht rüber. Ich komme mal ganz kurz ins Inventar. Crazy. Das ist nice. Das ist richtig nice. Oh, nee. Okay. 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 Machen wir. Machen wir. Machen wir. Wir hätten da kommt gleich noch irgendwas Mimiges, dass die alle in diesem kleinen Räumchen drin sind. Ah, nice. Jetzt kurz pieseln und speichern. Nope. Wow. Richtig, richtig gut verkackt. Ich hab's ein bisschen versemmelt. Hab's ein bisschen versemmelt. Natürlich hat er nichts dabei. Bullets. Bullets. Schrank. Hearth Kids brauche ich nicht gerade. Bullets. Bullets. Was ist der Bullets-Slot? Ich kann drei Bullets mehr mitnehmen. Okay. Die kommen jetzt nochmal kurz rum. Lass die schnell vorbeilaufen. Hatt, 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 hatt. Come on. Komm, dreh dich nicht um, dreh dich nicht um. Puh. Nex dabei. Uranium. Mehr ammo. Das blöde ist, wir müssen jetzt warten, bis die Renner da durchkommen. Da kommen sie. Okay. Dann kommt er natürlich jetzt gerade wieder auf dem Rückweg. So, hm, 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 hm. Komm, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Musik. Hmm. Ja ja. Genau, wir haben, genau, wir sind bei Unmetal. Zwerbos im Chatty. Kein Ton. Achso, Zwerbos ist ohne Audio unterwegs gerade. Wir sind in den Baracken. Plötzlich hat uns ein Hacker angerufen. Wir können eine Menge Amo mitnehmen. Das ist auch schon mal gut. So, die Kackerl rennen hier noch. Ich würde dann mal ganz schnell gucken, ob ich in den Van reinschlauen kann. Nope. Weiter geht. Uuuuh. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Rein mit dir, rein mit dir, rein mit dir. Die Kackerl. Uuuuh. The Alarm was raised. The Platoons must have found one of the Guards I knocked out. I had to cover my tracks better. Okay. Okay. Jetzt rennen die beide, oder was? Sollen sich erstmal alle verziehen? Das ist hier ärgerlich, dass man jetzt so lange warten muss. Hm. Jetzt kommen die durchgelaufen. Hm? So many. So many. Okay, okay, okay. Oh, nö. Alles klar, ich bin DSA. Okay, Metal Gear. Äh, Medic. Wow, das... Bestimmt gibt's da eine Möglichkeit, die unbemerkt platt zu machen. Kann ich hier das DSA geben? Äh, ich nehm erstmal wieder die Binoculars. Oh, kann ich nichts machen. Ah, da sind das viele hier. Ich glaube, ich hab... Weil ich einmal den Alarm ausgelöst hab, hab ich mir quasi schon versaut. Warte mal kurz... Das ist natürlich super ärgerlich. Ähm, wir probieren's nochmal neu. Okay, und diesmal... Uh, die kommen. Bye. Falsch-Taste gedrückt. Oh mein Gott. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Mehr Muni. Mehr Bullet-Slots. Die rennen schon wieder. Schau. Dann gibt's den Brody. Der kriegt Chloro-Foam. Dreh dich um, Bro. Das macht zu lange. Dreh dich um, Bro. Come on, come on, come on, come on. Und jetzt noch mal. Jack, hierher. Ghost, du koppierst du? Wer in der Hölle bist du? Huh? Wer bist du? Wo ist Ghost? Ich weiß nicht, wer das ist. Ich glaube, du hast den falschen Kanal. Ups. Hoogan muss sich mit dem Kommunikator beurteilen. Verdammt geeks. Over and out. Vielleicht sollte ich dich mal anrufen. Okay. Mhm. Ja genau, der Truck ist ja wieder zurück in den Compound gefahren. Truck, but it went backwards and returned to the Compound. Goddammit, Fox. Colonel, I know about another truck that's going to leave in a while. I'll call you later. Over and out. Jesse here. Do you copy? I hear you. I was thinking about those big concrete blocks you saw. This place is full of concrete buildings. Maybe they're building something. Something new. Something that requires a lot of concrete. And that's why there's so many guards. Why are they transporting concrete? Instead of making it here? Maybe someone sold them something in parts and they're just bringing them here. Hmm. Could be. But what? If I find anything out, I'll let you know. Thanks, man. Over and out. Oh Gott, das war knappi. Das war sehr knapp. Die wissen genau, dass hier eine schwierige Stelle ist. Aber wir kommen an dem Dude vorbei. Das ist gut. Und es ist Zeit, ein kleines Töpfchen zu benutzen. Ach, gleich erleichtert. Okay. Den haben wir auch noch aus der Welt geschafft. Wir haben sehr bald eine neue Runde. Äh, ein neues Level. Bin gespannt, was wir dann bekommen. Wir haben hier ein Brat. Level 5. Äh, ich nehme mal Gunslinger. Bring den hier noch rein. Sehr gut. Oh, what did I do? I'm dead. Ich lasse mich mal ganz kurz killen. Oder? No, das ist not cool. So, das hat nicht geklappt, aber wir haben gespeichert. Das ist gut. Gut. Bye. So. 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 Loft. Loft. Das war's für heute. Das ist die Frage, was ich mach. Sodium? Boah, das Sodium? Chloro. Ich lass die einfach drin. Juck mich nicht. Das ist die Frage, was ich mach. Ich gehe nicht, ich gehe zu den Kopf. Was war das? Die Alarm wurde gestohlen. Die Platoons haben einen der Garten gefunden. Ich musste meine Träume besser schützen. Funky. Ja, kann ich vergessen. Was muss ich denn machen? So, die laufen vorbei. Ich gönne mir den... Brad. Tschüss. Ich habe etwas gehört. Uff, das war knapp. Das Zurückbringen ist wichtig. Wobei laufen, Boys. Was ist das? Nochmal. Ist nicht so leicht. Ähm... Das war ein bisschen cocky vielleicht auch gespielt, aber... Ich würde vielleicht gleich nochmal den Pipipod benutzen. Ich habe etwas gehört. Komm her. Ja. Ja, ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Lass sie vorbeilaufen. Ich habe es. 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 Das ist die große Frage. Kriegen wir es hin? Oder kriegen wir es nicht hin? Ich habe es hin. Ich habe es. Fickle. Nein, Mann. Kann ich jetzt pullern? Bombe. Wir warten erstmal ab. Krass. Das hätte mir auch geholfen. Die Map, ne? Im Nachhinein so. Warten bis die noch einmal vorbeigelaufen sind. Bye, Boys. Wo geht er gerade hin? Geht auf mich zu. Jetzt geht er von mir weg. Komm schon, weg damit, weg damit, weg damit. Gut, dann haben wir das wieder erledigt. Jetzt wieder was gespeichert. Das Blut sehen die zum Glück nicht. Kann ich jetzt bitte in dieses Auto einsteigen? Ist das der Wagen? Der hat auch gespeichert gerade. Oh, oh. Oh, oh. Oh, no. Wie kannst du so ein Pigg? Hände wurden vorhin, nicht nach dem Pigg. Sir, ja, Sir. Ja. Warum hast du zu Pigg, scumbag? Sir, ich bin aus Pigg, Sir. Was ein P****! Wer glaubst du, du bist ein P****n civil? Soldat wird weiter Pigg, selbst wenn seine Bälle weg sind. Sie werden weg von hier raus. Sir, ja, Sir. Sergeant, da ist jemand hinter dir. Fuck, soldier, did I tell you to look behind me? Uh, no, Sir. Then why the hell are you looking behind me? If you don't look, listen or speak, unless I tell you to do it. Understood? Sir, ja, Sir. That damn drill sergeant acted tough with his men, but he ended up crying like a baby with me. Because P is stored in the bolts. Who the fuck are you? And where the hell is your uniform? Ähm, it's in the laundry. In the laundry, Sir. And what in the hell is your uniform doing in the laundry? It was dirty, Sir. Are you kidding me? Since when the clothes have to be cleaned. Is it a discussion? In Texas, we put it in the laundry when it stands on its own, Sir. Fuck, you're from Texas? Only two things come from Texas. Charcoal and asshole. Which one are you, boy? I don't see any ash smears, but I definitely see a shit stand. Sir, Texas exports, propane excessor. Shut the fuck up, shit smear. I'm not a shit. Yes, you are. No, no, I'm not. Hold on, Mr. Fox. Didn't you say it was the drill sergeant who ended up crying like a baby? Das ist so binglich. You're contradicting yourself. It was you. Sergeant, execute this liar. Yes, sir. Ich habe die falsche Antwort gewählt. Okay. Fair enough. Gotta try. Gotta keep trying. Gotta keep trying. Okay, interessant. Hey, Mike. Oh, er heißt Mike. Und ich werde mit Mike verwechselt. Sehr gut. Yeah, not Mike. You're not Mike. No, I'm Fox. Jesse Fox. You're the prisoner? I would escape too, if I could. Jetzt hoffe ich mal, dass er Infos droppt. It turns out that he had a little daughter. He hadn't seen in three years. Every year he requests leave to go see her. And every year his drill sergeant rejects it. Das ist richtig fies. So, in a week, the daughter was turning six, and Mike requested leave again. And yet, again, the drill sergeant rejected it. What a asshole. Which was why he was drowning his sorrows. Until he knocked himself out. Alles klar. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass die Boys nicht wieder vorbeikommen. Okay, gegen den drill sergeant. Ich hatte die falsche Antwort. Was stolen. Someone broke into my locker and took it. And who the hell was it? It was of course Mike. It was Mike, sir. Ich darf nicht rauskommen, dass ich aus Texas komme, anscheinend. Ich probiere jetzt erstmal, dass die... Who the fuck are you? Zack. I lost it. I can't find it, sir. I must have lost it. You shit for brains. And do you have a spare one? Yes, sir. And where would that crusty ass spare uniform be? It's stolen. It's been stolen, sir. Someone broke into my locker and took it. And who the hell was it? We still don't know his identity, sir. But we have a clue. What clue, you fuck? We know, he was born. Place würde Texas rauskommen, arm. Without one arm. Are you kidding me, scumbag? There's no such thing as a one-armed soldier here. All you maggots barely shoot properly with two arms. Oh damn. What do you mean? Back in Texas. We can shoot without using any arms. Fuck! Yeah, from Texas. Oh, freckle. Is it a hard enough, der Sergeant? Den knack ich aber auch noch. Er ist es stolen. Zack, zack, zack. Stolen. Clue. We still don't know his identity, sir. Place. In the same state you were, sir. So that son of a bitch is from Texas. Hold on. You're telling me you're from Texas. Only two things come out of Texas. Propane and assholes. I don't see any propane accessories. And I know you're full of shit. Me? Full of shit? Why, you little? Of course you are. Look at your brown eyes. What? My eyes are blue. Are you sure? The whole base is talking about your brown eyes. No. No. I'm not. Also es ist die Beleidigung, dass man aus Texas ist. The boy confusion in the record. Did he have blue or brown eyes, Mr. Fox? Both. But now he had black eyes. On second thought, I'll leave this out of the report. Proceed. Just as he started to tear up, I helped all blue eyes kiss the canvas. Boss defeated. Boss defeated. So läuft das. Oh, I mean... Maurice, or I'll shoot. What the hell are you doing, scumbag? I'm aiming at you with my weapon. Fuck, soldier, did I tell you to aim your weapon at me? Uh, no, sir. Then why the hell are you aiming your fucking weapon at me? Here you don't look, listen or speak, unless I tell you to do it. Understood? Sir, yes, sir. Did you wash your hands before aiming your weapon at me, scumbag? Uh, no, sir. Oh, my. Fuck, how can you be such a pig? Get the hell out of here. Sir, yes, sir. I did it. Okay, nix. So. A bisschen trial and error, aber... For fun. That's... Perfect. As I entered one of the barracks, I saw that it was different from the others. It had a toilet. First off, it had its own urinal. Moreover, it had an office desk. I figured it was the drill sergeant's quarters. I had plenty of time, because I was sure he was still indisposed in the bathroom. Da, nix dabei. Ammo. Okay, noch mal speichern. Ist das Bett kaputt gemacht? The desk had stacks of papers and an inkpad chained onto it. Gechained? Of course. I couldn't stamp the form until I found an inkpad. Or a tampon. Okay, we need a tampon to find. Super. Hier ist die Panzergang unterwegs, okay. Hier gerade durch. Ich werde erstmal hier oben checken. Und da war er, der Bastard mit einer Maschine-Gun, blockiert meinen Weg nach dem Norden-Gate. Aber ich habe ihn nicht kämpft, bis ich ein paar Grenaden bekommen habe. Funny. Very funny. Also muss ich Granaten finden. Und die klatschen. Und jetzt kommen die Boys gleich. Krass, wie die sich staunen. So. Direkt hinterher. Oh. Leertaste. Äh. Whoopi. Die Boys kommen jetzt wieder hier durch. Ich finde, der Teil ist gerade ein kleines bisschen langwieriger. Ja, gehört natürlich auch dazu, aber... Oh, ob das wohl Granados sind? Da kann man nicht längs laufen. Da komm ich nicht rein, da komm ich nicht rein, dann werden jetzt Nades geworfen. Oh, sein Name ist Mike. Machine Mike. Als erstes. Ah, okay. Okay. Okay, ich hab da einen Fehler gefunden. Fuck, oder? Das war nicht so gut. Neuer Versuch, neuer Versuch. Ah, jetzt kann ich ihm das geben. So, warten. Kleinen Moment. Kurz speichern. Die Boys sind gleich wieder im Run, die kommen doch bestimmt gleich. Ja, dieses Gewahrt auf die Jogger ist ein bisschen... Not entertaining, sagen wir mal so. Kommen die jetzt gleich nochmal, oder? Natürlich kommen die jetzt gleich. Sehen sie mich? Ach, Suckers. Suckers. Oh, nein. Pisspot. Gut. Supi. Ich lauf einfach mit. Gut. Gut, speichern. Da hab ich das schon mal erledigt. Bisschen Schloroform. Bisschen Schloroform. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's hinter den Leuten hier. Leider keine XP bekommen dafür, aber... Oh. Du kannst dich an, ja. Mach esicky. Cauch es prompt zu haben, gerade dann schwer. V und Leertaste, das sind die wichtigen Tasten in dem Fight. Ich habe nicht gespeichert, oder? Ich bin so doof. Was? Those sandbags won't last forever. Oh man, das wird ein knackiger Kampf. Oder ich probiere einfach mit der Pistole. Ich mache das mal ganz kurz mit der Pistole. Oder, was die die Pistole ist. Chloroformlappen brauche ich glaube ich nicht mehr, weil ich den ja unten schon gelegt habe, aber den zweiten unten noch nicht. Oh, den habe ich noch nicht gelegt. Okay, das war richtig smooth. Kurz warten auf die Jogger. Wenn ich doch einfach nur die Uniform ausziehen würde und mir eine von denen anziehe. Das wäre smart, wa? Jetzt kommt, wird vorbeigejoggt. Great. Fuck the hell. Uff, ja ja, das ist nichts gewesen. So, jetzt mit Konzentration. SP jetzt. Ich habe es natürlich nicht gespeichert. Ich bin so ein cleveres Kerlchen. So, ich speichere jetzt einfach nach jedem Schritt. Ich muss sagen, tatsächlich dieses Speichern übers Pinkeln löst schon akuten Harndrang aus. Und jetzt gerade eine Nies. Ein Niesreiz. Ich hoffe, der ist gleich vorbei. So, Leute, zieht vorbei. Oh, ich kann die ziehen. Oh, das ist natürlich wieder was ganz anderes. So. So. Sehr gut. Jetzt wird gespeichert und dann wird der Granatentyp. Was meinte, kriege ich den heute noch lang gemacht? Vielleicht. Gut, dass ich gespeichert habe. So ein Ärger, Mann. So ein Ärger, Mann. War ja klar. Okay, nach dem Speichern sind sie tatsächlich nicht da. I know you are going to pass through here sooner or later. Machine Mike. Ich habe das alles. Ich kriege meine Apothek. Das war's. Und man konnte mehr Resonaten auf einmal wachsen. Okay, ich kann ja auch noch zackloppen. Das ist lustig. B habe ich jetzt gedrückt, das wollte ich nicht machen. Ja, sehr geil, wieder ein Boss gelegt. Ich kam auf der nördlichen Parkplatz. Es gab Trucke und Container überall. Ich wollte, in der rechten Trucke schlafen. Serialnummer 233980. Aber Maschine-Gun Mike könnte mich warten, um Revenge zu suchen. Ach du Scheiße. Okay, jetzt ist er Splash Mike. Launcher. Jetzt ist die Wiese. Die Schwung habe ich in Kleinruhe. Während ich da nicht gehört. Das ist eine Sprechung. Ich kann eine Sprechung verletzen. Incourse der Sprechung empfangen. Was ist das für ein Sprechung? Anschein, nicht nur ein Sprechung. Das war's. Oh, shit. Das ist spannend. Aber ich habe immer noch schon gemacht. Gut zu wissen. Okay, dann weiß ich für den nächsten. Okay. Ich habe ihn fast. Okay. 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 So, jetzt nochmal. Aber diesmal kriege ich es hin. Das ist nämlich ein Klacks. Gar nicht schwer. Okay. 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 Scheiße, Scheiße. Scheiße. Das ist ein echt spannender Kampf. Sorry, dass ich gerade ein bisschen still bin. Muss halt mich die Kisten hier abschießen lassen, damit ich die Ammo bekomme. Auf Wiedersehen. Too bad for you. Okay, da hat er auch was zerschossen. Okay. Bye, Mike. Geil, noch ein Level. Ich glaube, mehr Waffenschaden ist für die Zukunft wichtiger. Sehr nice. The driver showed up a few minutes later and unknowingly aided my escape. And the military didn't find it weird that everything in the northern parking lot was destroyed? Who knows? Maybe it's a regular accident. But the truck driver must have seen all that destruction. Well, you know how military grunts are. The only thing went ordered to. Stage complete. Keine secrets geholt, leider. Engineering problems. So, in the end, you escaped hidden on that truck? Yep. What about the shit you told me about not escaping in a truck to prevent pollution? Because the first time it would have been me behind the wheel. This time the truck was going to leave, with or without concern. Which means the pollution wasn't my fault. How convenient. Fox, do you copy? Hey, it's the concrete paparazzi. Ha ha ha. Concrete paparazzi. Ha. Such an asshole. But I like it. How's that escape of yours going? Making progress. I'm currently stowed away in a truck. Communications are hot. You really pissed them off, Fox. I guess we're both gifted with pissing people off. Sorry about the concrete joke, by the way. Nah, don't worry about it. Better have a sense of humor about being jailed over some concrete blocks. By the way, you haven't seen them, right? I've seen concrete everywhere, Robert. But nothing as big as you mentioned. Ah, well. Send a postcard when you get home, my friend. Definitely. Over and out. Alright, ich glaube, das nächste Kapitel geben wir uns in der nächsten Folge. Was a small port owned by the clandestine base. Looked like the truck was carrying packages to be transported by sea. As we arrived, I overheard a conversation between the driver and a hangar officer. Who are you going to tell me what the fuck you're bringing me at this time of night? Sir, I have an order to send this load to the sea. Fuck! You're waking me up for this? I already told your officer, all maritime operations are cancelled. We're waiting for the nuclear warheads to arrive. What? We won't ship anything else until there's a new order. Hold on. You said nuclear warheads? Ja, man. Trigger warheads. That's what I heard them say. God save us. That's impossible. You sound just like the colonel. Okay. Wir sagen dem Kernel in der nächsten Folge Bescheid. Ich würde einmal ganz kurz... Genau, wir haben ja gespeichert. Denke ich mal, dass das beim Kapitel Wechsel gespeichert hat. Und ich werde jetzt auch nochmal in RL speichern gehen. Und das war's mit der heutigen Folge. Und ich freue mich, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut und wir sehen uns.